. . . . . . . . . 10 Zoll Waffen Nr. 925 auf den Beachtest gemäß SOCOM-Test an. Waffe funktioniert störungsfrei. 1124 auf den Beachtest gemäß 125 Waffe wurde abgetaubt 124 1025 1025 1025 1025 Waffe schießt störungsfrei. HK416 14,5 Zoll Rohr und der Watzerschuss nach Test A, Over the Beach Test. Waffe schießt störungsfrei. 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 Waffe schießt störungsfrei.